Tja, Anstoß, jedes Sommer das Gleiche, diesmal eine Schatztruhe, der letzte Anstoß, letztes Jahr, von jedem Jahr eine Ausgabe, dies war damals die erste Lohnes-Verwandtsliga-Trainer, Lütke Holthaus hatte die Mannschaft oben auf den Sprungturm im Lohner Freibad geschickt. Vier Farbfotos insgesamt, in der Mitte, Rot-Weiß-Dammelfalke-Steinfeld, auf diesem Foto ist ein Sportler, der ist 30 Jahre später immer noch in der gleichen Funktion, im neuen Anstoß drauf, hinten das vierte Foto, das war's an Farbe, sonst alles nur schwarz-weiß, Walter Zwick, eine Seite Kreisliga, heute haben wir im neuen Anstoß 13 Seiten Kreisliga plus Kader, und man sieht's hier, 33 Farbfotos von den Mannschaften. Das war der Stand vor anderthalb Wochen, die roten Termine mussten noch besetzt werden. Das wichtigste Foto ist natürlich das Titelfoto. Ich habe mich entschieden für ein Foto aus dem Testspiel Lohne gegen Dinklage bei Amazia Spor Lohne. Auf auf die erste Seite. Natürlich interessiert uns nicht so sehr die Landschaft im Lohner Stadion. So sieht das neue Titelfoto aus mit Claude Wiedegler von TV Dinklage und Teuter Tim Kröger von Blauweiß Lohne. Ja, inzwischen ist alles perfekt. Ihr könnt's sehen, 49 Kader sind da. Bezirksliga, Kreisliga, Landesliga, Frauen, erste Kreisklasse, Prognosen, alles Mögliche. Insgesamt 68 Seiten Anstoß, so viel wie noch nie, liegt am Freitag der UV bei. Und das ist er, der neue Anstoß. Legt ihn euch weg und in 30 Jahren könnt ihr vielleicht mit ergrautem Haar schön den Rumblättern. Man lcht ein? Man lcht dein!